Oh ja, es tut sich was in Villmar. Der aufmerksame Beobachter wird erfreut registrieren, dass der Marktflecken so langsam aus dem Dornröschenschlaf erwacht. Das erste Villmarer Weinfest war bereits ein großer Erfolg. Es hat allen viel Spaß gemacht, das Feedback von den Leuten, von den Gästen, die da waren. Das war auch durchaus positiv und ich denke, wir werden im nächsten Jahr auch eine Wiederholung machen, ein zweites Weinfest in Villmar haben. Auch die Winzer haben gesagt, dass es Spaß gemacht hat und ich denke mal, da können wir nächstes Jahr drauf bauen und vielleicht kriegen wir noch mal ein, zwei Weinstände dann mehr. Bürgermeister Matthias Ruppröder freut sich aber auch besonders, dass das kulinarische Angebot in Villmar zunimmt. Ja, also am Wochenende hat er jetzt ein neues, ich sag mal, Restaurant aufgemacht, einen Döner in der Unika-Straße im Gewerbegebiet. Und wir durften auch schon am Wochenende testen, ist auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Jwa Zulaiman bietet im Unika-Döner neben Pizza, Calzone und vegetarischen Gerichten natürlich auch diverse Dönerspezialitäten an. Viele verschiedene Dönersorten, das ist ja Döner, Donatella, Lama-Jun, viele verschiedene Salate und wir haben verschiedene Getränke, Warmgetränke, ist ja alles möglich hier. Grundsätzlich wird auch ein Lieferservice angeboten, doch ist in den ersten Tagen der Andrang der Kundschaft überraschenderweise so groß gewesen, dass der Service ins Stocken geraten ist. Das ist ja ein bisschen traurig, wenn man ruft an und keiner dran geht. Es ist halt sehr durch den Vielbetrieb seit den Öffnungstags bis jetzt hier. Wir müssen also viel Sache hier ändern. Durch den Vielbetrieb, wir können uns manchmal nicht konzentrieren auf alle Kunden, dass die, also zurechtkommen eigentlich mit dem Kunden. Aber wir werden immer also bestens zu machen. Wir versuchen das und wir wollen das auch machen. Das Team im Unika-Döner gibt sich besonders viel Mühe und es zeigt sich, Preis und Geschmack stimmen. Pro Tag werden aktuell bis zu 90 Kilogramm Dönerfleisch von den Spießen geschnitten. Wir haben immer täglich von 11 Uhr morgens bis um 22 Uhr Abend. Ruhetag haben wir momentan nicht. Wir wollen versuchen, mit dem Filmare alle klar kommen, immer da sein. Und gucken wir mal, wie das weit geht. Ja, und der Sommer kann nun getrost seinen Einzug in Film erhalten. Denn Giro Cataneo bietet in seiner Eisbude nahe dem Bootsanleger köstliche Eissorten zur Abkühlung an. Das wird jetzt über den Sommer eine Dauereinrichtung sein bis Ende September. Hier wird dann leckeres Eis verkauft von dem Giro Cataneo, der dann auch ab Oktober die Clickermill übernehmen wird. Und dort wird dann Pizza angeboten, also italienische Küche mit Eis auch am Ende. Und ich denke, das ist ein schönes Konzept. Essen durfte ich bei ihm auch schon in seinem anderen Restaurant testen. Kann man auch sehr empfehlen. Ich freue mich da auf jeden Fall, dass es hier weitergeht, nahtlos vor allen Dingen. Und ich freue mich, dass es hier in Filma dann auch kulinarisch einiges passiert. Giro Cataneo bietet sein Eis nach eigener italienischer Rezeptur an. Doch produziert wird es von seinem ehemaligen Lehrling. Herr Bürgermeister, bitte schön. Seine Eissorten wechseln ständig und sind der Saison angepasst. Mango ist das Nonplusultra-Produkt. Der ist wirklich mit Frucht gemacht und Blutorange auch, aber Mango läuft immer. Blutorange ist immer der Moment, die Leute haben Lust, dann haben wir keine Bock mehr, deswegen tun wir wechseln. Also Mango, das weiß ich, eine Jogurette zum Beispiel oder eine Mandarine oder eine Orange, ein neues Frucht. Also dass die Leute irgendwie sagen, okay, was haben wir nächste Woche, beziehungsweise ich komme da hin, was weiß ich, die Zeit. So jetzt, Erbwertzeit zum Beispiel, jetzt haben wir so frische Erbwert. So, wechselt sich ständig von hier. Kleine Behälter, aber immer frisches Eis. Das ist mein Motto. Giro Cataneo hat geöffnet ab. Also es kommen wir darauf an, tagsüber auf jeden Fall zwischen 10 und 11. Später ist es um halb 12 eigentlich. Aber wir versuchen den ganzen Tag hier zu bleiben, damit die Leute, die Fahrradfahrer zum Beispiel oder die Einwohner zum Beispiel, wissen, wo wir sind. Jeden Tag. Außer wahrscheinlich, wahrscheinlich spekuliere ich über Montag nicht. Weil Montag ist über alles geschlossen, dann versuche ich auch so einen Tag, mindestens einen Tag in der Woche, mit meiner Familie zu unternehmen. Mango, Banane, Zitrone, Blutorange, sehr schmackhaft, Erdbeer, Waldmeister. Giro Cataneo stammt aus dem italienischen Piemont. Genau, richtig. Nur die gute Kirche, Trüffel, Steinpilze, gute Barolo, Barbaresco und so weiter und so weiter. Man kann viel davon sehen. Schönste Land. Also ich finde, es ist eine tolle Region, Piemont. Ihm liegt die Liebe zum Eis schon im Blut, denn seine Großeltern haben bereits erfolgreich Eis hergestellt. Ich bin da so 40 Jahre in dieser Branche. Meine Eltern waren schon in dieser Branche vor, ich würde sagen, so 1900 und was weiß ich was. Mein Opa war schon in Turin. Dann kam mein Vater, dann kam ich, jetzt sind meine Brüder da. Ich bin der Einzige, der so ein bisschen ausgeflippt ist, irgendwie aus der Schiene. Komm gleich, sofort. Also Dynamis da. Giro Cataneo hat es nach Deutschland gezogen. In Limburg betreibt er schon seit längerem erfolgreich sein eigenes Restaurant. Das ist also das La Dolce Vita. Und da sind wir wie beim Eis zum Beispiel. Also bei La Dolce Vita haben wir nur frische Nudeln zum Beispiel. Wir haben frische Nudeln, gefüllte Nudeln. Die Leute sagen, ich nicht, aber ich bin auch davon überzeugt, dass die Leute sagen, das wäre eine super Pizza. Und dann will ich hier in Vilma auch einführen. Also eine echt italienische Pizza, beziehungsweise ich habe mir vorgenommen, ich empfehle mal, vielleicht ist zu viel, was ich mir vorgenommen habe, aber ich versuche es zu schaffen, ein echt italienisch, neapolitanischer, also aus neapolitanischer Teig. Also eine richtige Pizza-Taste. Also eine Mozzarella, ein, wie soll ich sagen, das ist ein Geheimnis. Den Teig kann ich nicht mehr an. Ibrahim Jalzin wird die Klickermill im September aufgeben und sich auf seine Pizzeria La Luna in Städten konzentrieren. Giro Cataneo wird im Oktober die Klickermill nahtlos übernehmen und sein Erfolgsrezept hier weiterführen. Mich interessiert die Location eigentlich, mich interessiert der Laden. Ich fand den Laden sehr schön und sehr hochwertig. Deswegen, also ich möchte, dass ich den Laden wirklich in eine richtige Küche einpasst. Ich möchte der Konkurrent von niemandem sein, weil jeder hat seine Küche, beziehungsweise ich will nicht sagen, dass der, was der kocht, koche ich besser. Nein, ich koche, ich bin ich, ich koche auf meiner Art. Ich muss erst mal das Kind kennengelernt. Also wenn ich das Kind kennengelernt habe, dann weiß ich ganz genau, wie ich mit dem, ich sage das Kind, also die Klickermille kennengelernt habe, dann weiß ich aber sicher, wie ich mit dem Laden umgehen kann, beziehungsweise auch mit dem Kunden, also wir müssen uns anpassen eigentlich. Also ob ich reich werden will oder nicht, interessiert mich absolut nicht. Ich habe Spaß daran. Mein Motto ist einfach nur, also ich bin motiviert eigentlich. Es dauert ein bisschen Zeit wahrscheinlich, die Leute müssen das mal kennen, aber mal gucken, wie weit wir mit dem Klickermille kommen. Nun liegt es an den Filmerern, den neuen Gastronomen geduldig die Zeit zur Eingewöhnung zu geben und aus den jungen Trieben durch ständiges Wässern starke Bäume wachsen zu lassen. Ja. Ja. Ja.